neue direkte flugverbindung von kaliningrad nach deutschland die russische fluggesellschaft nordwind nimmt ab 20 dezember den flugbetrieb auf der strecke kaliningrad düsseldorf kaliningrad auf der verkauf von flugtickets hat bereits begonnen vorerst ist ein flug pro woche geplant genutzt wird ein flugzeug des typs e 190 mit 110 sitzplätzen start in kaliningrad ist montags 13 uhr ankunft in düsseldorf 14 uhr die rückreise beginnt um 15 uhr ankunft in kaliningrad 17 45 zu beachten ist die unterschiedliche uhrzeit zwischen deutschland und kaliningrad im winterhalbjahr bereits jetzt wird durch die fluggesellschaft nordwind die flugstrecke kaliningrad berlin kaliningrad zweimal wöchentlich mittwochs und sonntags bedient